Das war ein Tritt ins Kreuz. Kann ich vielleicht noch mal Feuer haben? Was vielleicht? Gucken wir erstmal, ob es klappt. Die Sonne wärmt. Hier, raucht irgendwie zu wenig. Das ist ja scheiße. Jetzt pack doch mal die Filter aus. Wir kennen doch hier überhaupt nichts. Wenn ich schon seit Jahren treffe, der eine Kippe braucht ohne Filter. Ach ja, das Licht am Alter. Da gab es sowas noch. Gern geschehen. Denk dran Gegenstadt. Denk dran Gegenstadt. Ja. Ja, Gegenstadt. Aber hier ist eine Ersatzdroge. Solange bis der Joy die Runde macht. Die Kippe dann nach. Scheiße, ne? Trinkt einen so runter. Wieder was geladen. Du musst auch stur irgendwie nachts fahren. Du bist zu rauf. Tschüss.